Hey, ich habe ja noch eine Flocker! Das ist so krass! Wir machen heute mal wieder ein Handy-Flock und ich fange jetzt einfach mal an. Da ist der Simu. Wir treffen gerade Vorbereitungen zu... ...einem Unboxing-Geschenke-Dingens. Sie hatte Geburtstag, sie kriegt halt was. Und vielleicht schaffe ich es draußen dann auch mal hier auf Schuhlinse zu gucken. Das ist echt krass, dieses Ding ist so witzig. So klein! So klein! So klein! Guck mal, jetzt bin ich mit Oma und sieht so klein aus, schon voll richtig. So, wir sind angekommen. Äh... Wuhuuu! Ja, die Schäfte ist... Wollen wir jetzt aussteigen? Ja. Ja, cool. Jetzt kannst du dich sogar filmen, während du aussteigst. Das sieht dann wieder so cool aus wie bei der Mauer, wo ich wieder gespielt habe. Ich meine, wieder im Flock, im Flock, im Flock. Ja, das ist dann... Also wenn wir jetzt... Ne, das wäre dann nochmal ein Melking-Auf, Melking-Auf. Das ist so kompliziert bei uns. Ich geh und stöhne es dir als erst 80. Ich bin 80. So, und wir suchen uns jetzt einen... Jetzt wurde ich mit dem... Ich hab's auf Video. Ich hab endlich mal auf Video, wo jemand einen Statistgeschlagen wird. Ich hab's nicht gefilmt, zwar nicht mit raus. Was kannst du eigentlich? Hammer gleich! Schau hier nicht die Sprüche, das darf man sie sagen. Ja, dann sag du es ja auch nochmal. Was kannst du eigentlich? Äh, wir drehen mal ein Video, glaub ich. Ja. Weil sie will ja bestimmt jetzt endlich mal wissen, was sie eigentlich für geschenkt sind. Jaaaa! Na du! Hi! Hi! Wir können jetzt... Wir können jetzt so ein Dreieck machen mit den Huggys. Jetzt seh ich euch ja nicht. Mehr, mehr, mehr. Jaaaa! So lustigt das zusammen. Süß und alle. Jaaaa! Gibi! Warte mal! Warte mal! Ich könnte den jetzt moderieren lassen. Ich könnte den jetzt moderieren lassen. Jaaaa! Also wir... Also wir... Pfff! 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 Möchtest du nicht auch mal was sagen, Kiwi? Ne! Pfff! Pfff! Aber warum denn nicht? Pfff! 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 So Leute, wir sind fertig, fortfertig. Du kannst es zu uns setzen. Mein linker, linker Platz ist frei. Ich wünsche mir eine Kamerafrau herbei. Ich glaube wir haben gerade das Lustigste. Wie geht das weh gedreht haben? Ich habe zumindest Bauchschmerzen vor Lachen, ja. Er ist schuld. Er ist schuld. Wir werden jetzt mittlerweile mal von Mücken gepressen. Die sind gerade vollpendelt ran. Wo kommen die her? Dann wissen wir erst mal gleich wieder den Hamster an, wenn ihr nicht aufhört. Dann wird das Video in der 10 Minuten. Wir versuchen mal diesen Mückenschwarm hier zu entkommen. Und noch irgendwas Produktives. Ich habe es ja dabei auszulassen, weil sonst haben wir. Das ist ja gut Leute. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ui! Nö! Wir sind müde. Und fertig für heute. Wir machen auch super. Sonst ist eigentlich so weit weg. So. Gruppenkurs. Gruppenkurs. Also wir haben das mit dem weiteren Dreh für heute dann gemacht. Ja, dafür sind wir was essen gegangen. Video hat uns ein bisschen was gemacht. Erde. Ist schuld. Wir sind vielleicht eigentlich nochmal kurz anders. Nein. Wir sind ja fertig für heute. Sie geht heim. Er geht heim. Schlafen. Ich will jetzt einfach mal kurz kommen. Timi, wo willst du deine Kamerafarb hin? Auf meinen Rechtebeinen. Na dann muss ich ihn schnell weg. Wuhuuu! Mach doch! Wuhu! Wuhuuu! Wuhuuu! Wuhu! Wuhu! Wuhuuu! Vielen Dank.